Servus liebe Freunde der Gepflicken, was für eine Unterhaltung. Ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Heute zwei Sachen. Zum einen der T-72M2 Moderna, den möchte ich euch gleich noch zeigen. Und zum anderen, wir wissen jetzt dann endlich, was wir in dem ab morgen startenden Crafting-Event machen müssen. Es wird hier auch wieder angelehnt sein an Dune, der Wüstenplanet, so wie schon das erste April-Event die letzten Tage gelaufen ist. Ich werde da jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ich möchte euch bitten, dazu lest euch bitte den Dev-Blog unten in der Videobeschreibung durch, den ich euch da reingepackt habe. Da hat Gaijin wieder einen Artikel dazu gemacht mit den ganzen Erklärungen, was denn in diesem Event alles gemacht werden muss, damit wir eben an die Fahrflugzeuge und an die Schiffe, die wir uns da erspielen können, rankommen. Der T-72M2 Moderna ist eins dieser Fahrzeuge, die wir uns erspielen können, neben dem Alecto. Und der sieht halt eben einfach ultra-brachial aus, dieses Teil. Und das werdet ihr auch gleich schon merken. Es ist die slowakische, modernisierte Version des T-72M. Und die Slowakei hat da richtig ordentlich was draus gemacht. Und dieses Ding auf im Moment Battle-Rating 10.0 und Rang 6 ins Spiel zu bringen, ist eigentlich schon ziemlich frech. Warum, kommen wir gleich noch dazu. Da gibt es zwei Punkte, warum das so ist. Wir kümmern uns erstmal um die Bewaffnung. Ihr habt eine 125mm, kennt ihr schon, plus ein 7,62 Maschinengewehr-Koaxial an der Kanone und ihr habt noch eine 30mm 2A42. Und bei wem es da jetzt klingelt, ja, ihr habt recht. Die 2A42 ist nämlich die 30mm Kanone aus dem BNP-2. Da geht es schon mal los. Ja, also das ist eigentlich schon richtig mies. Dies erinnert uns da so ein bisschen irgendwie an den KPZ-70 bzw. an den Leopard 2K, ne? Da war ja was. So, und was haben wir dann hier noch? Ihr seht, dass sowohl der Turm als auch die Oberwanne und auch die Seiten, gerade so ungefähr so bis zur Hälfte des Fahrzeugs, mit Zusatzpanzerung zugekleistert ist, möchte ich hier schon mal fast sagen. Und diese Zusatzpanzerung hat es richtig in sich. Das wird eine richtig miese Nummer. Schaut euch das mal hier an. Also, ihr habt auf der Oberwanne, habt ihr Reaktivpanzerung. Und zwar ist das Dynas-Ära. Und da seht ihr schon, gegen Wuchtgeschosse 100mm, gegen Hohladungsmunition, also Heat und alles, was nach dem Heat-Prinzip funktioniert, 550mm-Schutz. Ja, dann habt ihr hier noch die Verbundpanzerung, die zusammengesetzt ist aus gewalzten Panzerstahl. Und hier Textolid. Das gibt euch auch nochmal entsprechende Schutzwirkung. Schutzwirkung richtig ordentlich. An der Seite habt ihr die Dynas auch. Da habt ihr allerdings nur 10mm-Schutz gegen Wuchtgeschosse, aber auch 550mm gegen Hohladungsmunition. Und wenn ihr euch jetzt hier mal den Turm anguckt, ja, da habt ihr auch 100mm gegen Wuchtgeschosse und 550mm gegen Hohladungsmunition. Ich glaube ja, das wird ein ziemliches Hulldown-Monster werden, gerade was hier die Front des Turms angeht. Hier oben habt ihr auch nochmal diese leichten Reaktivpanzerplatten hier oben am Dach und hier links und rechts auch nochmal. Aber die Klötze hier vorne, die haben es richtig in sich. Vor allen Dingen, ihr habt dahinter, nee, das nicht, ihr habt dahinter noch, wo ist es, hier noch die Verbundpanzerung. Auch aus gewalztem Panzerstahl und dann nochmal mit einem Quarzkern. Also das Ding ist, glaube ich, ein richtiges Hulldown-Monster und der wird auch, glaube ich, richtig mies werden. Ihr habt natürlich auf der einen Seite, seid ihr natürlich nicht unzerstörbar, weil wenn ihr hier dann schaut, ne, hier die Unterwanne. Aber das ist ja bei jedem T-Modell so, dass die Unterwanne eigentlich so gut wie nicht existent ist. Da könnte man auch mit einem dicken Loch unten rumfahren. Allerdings muss man hier auch dazu sagen, ihr seht das hier, ihr habt hier vorne eine schöne Schlagschattentarnung, die so ein bisschen den, ja, die Unterwanne so ein bisschen verdeckt, dass man es nicht direkt halt eben gleich sieht, dass man schon noch ein bisschen gucken muss, wo muss ich denn jetzt hinziehen. Hinten genau das gleiche beim Motor auch eine, oder hier unten an der Unterseite, um wahrscheinlich auch den Motor ein bisschen zu schützen, auch eine entsprechende Schlagschattentarnung. Auch ziemlich, ja, ziemlich in echt würde man sagen, ja, das bringt schon was, um den Schlagschatten halt eben zu verwischen. Hier im Spiel ist das natürlich nur marginal, beziehungsweise hat keine größere Funktion, aber wenn ihr euch das Teil so mal anschaut, das ist schon ein schöner Panzer, ja. Also der T-72M2 Moderna, da hat die Slowakei schon richtig was draus gemacht. Das dickste Ding ist aber neben der ganzen Reaktivpanzerung und der 30mm die Munition. Ihr bekommt nämlich dazu die TAPNA, das ist neue panzerbrechende Munition. Und was ist, warum erwähne ich das so explizit? Die TAPNA ist, ja, ähm, schon ziemlich mies, weil die TAPNA ist eine eigenständige halt Munition. Und wenn ihr euch mal hier die Durchschlagswerte anguckt, wir haben auf 100 Meter 507 Millimeter Durchschlag und auf 2000 Meter 472 Millimeter bei Nullgrad-Aufschlagswinkel. Warum erwähne ich die 2000 Meter? Die 2000 Meter werden auch vom Hersteller dieser Munition, äh, angegeben. Leider hat Gaijin hier an dieser Stelle quasi schon, jetzt schon vorab ein bisschen die Nerf-Keule angesetzt, denn eigentlich gibt der Hersteller, so wie das auch, äh, einige Quellen, äh, angeben, auf 2000 Meter einen Durchschlagswert von 550 Millimeter RHA, also gewalzter Panzerstahl an. 550 Millimeter gewalzter Panzerstahl RHA auf 2000 Meter. Da könnt ihr mal sehen, was für eine Energie die TAPNA-Munition hat, was für ein, ähm, ja, was für eine Wucht hinter diesem Wuchtgeschoss halt eben steckt, ja. Und das wäre, wenn wir das auf 2000 Meter hier hätten, das wäre ein absoluter, das wäre ein absoluter, das wäre ein absoluter Gamebreaker, also da muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Ähm, insofern, ja, hat Gaijin hier das Ganze schon vorab, äh, ein bisschen beschnitten, ja. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal auf die 100 Meter gehen, wo ihr 507 Millimeter Durchschlag habt, habt ihr immer noch am meisten Durchschlag von allen Panzern auf Rang 6. Es gibt kein Fahrzeug, das auch nur in die Nähe davon kommt. Ich glaube, der nächste, der nächste Durchschlagswert sind, glaube ich, ähm, 469 oder 474 Millimeter Durchschlag. Ich meine, die M829 bei den Amis hat, glaube ich, irgendwie sowas um die 470 Millimeter oder 474 Millimeter. Ähm, und damit sind es immer noch gute 20, 25 Millimeter, die die TAPNA mehr durchschlägt auf 100 Meter. Und das ist halt schon wirklich brutal. Also gegen die Munition ist dann eigentlich auf Rang 6 absolut kein Kraut gewachsen. Und ich kann mir da jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass alleine nur rein von den Werten der T-72M2 Moderna auf 10.0 bleiben wird. Das werden wir aber sehen, ähm, und ich gehe mal auch davon aus, dass Gaijin uns, Content Creators, ähm, den T-72M2 wieder in die Garage stellt, dass wir ihn euch vorab, beziehungsweise während das Event läuft, schon zeigen können, damit ihr halt eben wisst, was ergrindet ihr euch da eigentlich. Wir gehen jetzt nochmal ins Testgelände, können aber leider die TAPNA nicht ausprobieren, weil wir haben das Fahrzeug, ähm, nicht im, äh, natürlich nicht im Bestand. Ähm, deswegen sind natürlich auch die ganzen Modifikationen nicht erforscht und wir können sie auch nicht erforschen, wie ihr das hier seht. Aber, ähm, wir können trotzdem einmal aufs Testgelände gehen und schauen uns das Ganze mal an, weil es gibt nämlich noch eine, ne, noch eine relativ interessante Geschichte, die ich euch auch nochmal zeigen möchte. So, hier seht ihr das Teil nun, ne, ist halt ein T-72, ja, ähm, ist relativ agil, ist auch relativ mobil, zumindest was den Vorwärtsgang angeht. Beim Rückwärtsgang, da wisst ihr, es brauchen wir nicht drüber zu reden, ne, rückwärts, äh, fahren wir hier maximal drei Stundenkilometer, das ist halt ein Witz. Ja, aber das kennen wir ja schon von den, von vielen T-Modellen, unter anderem ja halt eben auch vom T-72, ja, ihr habt hier die 30 Millimeter vom BMP2. Ja, damit könnt ihr natürlich auch locker halt eben so einen, so einen Bradley halt eben rausnehmen. Die Heat FS hat 440 Millimeter Durchschlag, das ist auch noch okay. Ja, hier oben kommt die Hülse dann noch raus. Und was ich tatsächlich relativ spannend finde, ist, ähm, achtet mal bitte bei der Nebelanlage, wenn wir die gleich auslösen, achtet mal bitte da drauf. Also erstmal schaut euch mal an, wie viel, äh, Nebelwurfkörper der T-72 M2 Moderna hier hat. Plus, achtet mal hier hinten drauf. Ihr seht das hier, hier sind auch noch zwei, zwei Nebelmittel. Ähm, und wenn wir das Ganze jetzt mal auslösen, ja, achtet mal hier links drauf. Erst wird rund um den Turm ausgelöst und dann habt ihr es vielleicht eben gerade gesehen, ist als letztes die Nebelgranate nach oben abgefeuert worden. Das heißt, ihr habt so einen Halbring, äh, vor euch und auch zum Teil über euch. Und das finde ich persönlich ganz spannend. Warum? Ähm, weil damit so Raketen, glaube ich, wie eine Spike oder auch eine Pass 3, äh, irritiert werden. Und, ähm, ihr habt euch damit dann entsprechend dann eben gegen die Spike, wenn sie dann im Spiel irgendwann ist und auch gegen die Pass 3, die schon im Spiel drin ist, äh, entsprechend wehren könnt. Und das ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja, also das Teil wird, glaube ich, ziemlich brachial werden. Übrigens, wen es interessiert, äh, der hat natürlich auch noch, ähm, Thermal, ist klar, für den Richtschützen und das müsste Generation 2 Thermal sein. Der, ähm, Kommandant hat das nicht. Der Kommandant hat nur einen Restlichtverstärker und auch, ähm, und auch der Fahrer hat einen Restlichtverstärker. Na, aber das ist, äh, auch schon ziemlich gut und das reicht auch für den Richtschützen. Da habt ihr, äh, schon genug, ähm, womit ihr gut schießen könnt. Das reicht auch vollkommen aus. Den Räumschild, ja, den habt ihr auch, ne, könnt euch also mit dem Ding einbuddeln, braucht aber entsprechend keine Sau. Äh, ihr habt ein Laser Warning System hier zu sehen am LWS, ja, also ihr kriegt also mit, wenn ihr entsprechend, ähm, angelasert werdet. So, das ist jetzt der T-72 M2 Moderna und ich glaube, jetzt schon sagen zu können, huuuh, das Ding wird auf 10-0, glaube ich, das Maß aller Dinge werden, wenn er dann, äh, im Spiel auftaucht. Letzten Endes müssen wir mal sehen, wie er sich dann schlägt, ja, ich hoffe, dass wir ihn so schnell wie möglich, äh, für euch testen können, ähm, aber nach Stand jetzt, 10-0 mit der Munition, auch wenn sie beschnitten ist, ähm, ähm, muss man ganz klar sagen, okay, gegen den dürfte absolut kein Kraut gewachsen sein. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt, wie die Zusatzpanzerung funktioniert, also an der einen oder anderen Stelle wird da, glaube ich, äh, nichts durchgehen, ja, ich gehe aber mal davon aus, dass hier rund um die Kanone natürlich wieder die Schwachstelle sein wird, wie das ja bei vielen der T-Modelle ist, ja, aber hier so am Turm, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie großartig was durchgeht, zumindest nicht beim ersten Schuss. Sind wir mal gespannt, ich bin vor allen Dingen jetzt mal gespannt auf eure Meinung, was ihr dazu sagt zum T-72M2 Moderna, haut's mal gerne unten in die Kommentare rein, was haltet ihr davon? Bewertet das Video gerne, haut einen Daumen nach oben rein, wenn's euch gefallen hat, teilt es gerne, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann gerne auch abonnieren. Vergesst nicht, ich hab euch sowohl den Dev-Blog vom T-72M2 als auch, ähm, die Erklärung, was wir dann, äh, im Event ab morgen machen müssen, unten in die Videobeschreibung reingepackt, da könnt ihr dann alles nochmal nachlesen. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, macht's gut, euer Raibun. Danke euch fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, macht's gut, euer Raibun.